Wundervolle Sport Scorpio gerade reingekriegt. Hier steht 16.900. Du musst nicht gucken drauf. Ich muss nicht gucken drauf. Ist neu? Ist neu? Ist neu? Ich baue ja 95. Ist neu. Ist neu. Ist gut? 2.500? Ich habe gekauft von russischen Stilen. Papiere? Papiere? Nee, musst du benutzen. Wagen 3.000 mit Papieren und russische Schlampe. Ich nehme 3.500 mit Papieren und russische Schlampe. Der ist abgebahrene. Die russische Schlampe muss sein. Die russische Schlampe hält still. Und du halt die Schnauze, sonst kriegst du wieder eins. Ist gut. Ist gut. Haben gefickt schon. Die russische Schlampe lacht. Ist gut. Die russische Schlampe lacht. Du hau ihn rein. Gut Schlampe? Gut Schlampe. Einmal freie schon. Garantie? Eine Woche? Garantie ein Jahr. Ein Jahr. Auf Schlampe oder Auto? Auf beides. Auf beides. Viel essen? Nein, nein. Kannst du den Keller sperren. Ist egal. Ist egal. Auto viel essen? Na ja, bisschen, bisschen. Musst du gucken. Musst ich gucken. Machst du russische Sprit rein? Ein Schiffloch noch weg? Ja, ist weg. Ist weg? Alles weg? Hat Sonja weggesprochen. Sonja? Sonja auch russische Schlampe? Ja. Oberrussische Schlampe. Was wollen wir für Sonja? Jetzt sagen sie kurz. Sonja und russische Schlampe. Kriegst du ein Geschenk, Sonja. Kriegst du ein Geschenk. Gut. Also Sonja, Auto und russische Schlampe für 3.500 mit Papieren. Ja. Ist die recht genossen? Ja. Dann war ich.